Drei Dinge über RM Data. Das ist schwierig, da gibt es viel zu sagen. Ich würde mal sagen, innovativ, offen, kommunikativ, jung, agil. Das waren schon einige mehr. Bei meinem Job RM Data gefällt mir besonders gut, dass ich täglich neue Herausforderungen habe, mit denen ich wachse und bei denen ich mich auch weiterentwickeln kann. Besonders reizvoll finde ich die Vielfalt meiner Aufgaben. Die komplette Betreuung einer Software, Anforderungen, Support, Implementierung machen den Tag extrem abwechslungsreich. An meinen Kolleginnen und Kollegen schätze ich am meisten die Hilfsbereitschaft und das Können, das alle in ihrem Bereich haben. Wir haben ja sehr innovative Lösungen und unterstützen damit unsere Kunden. Und wenn man dann eben Feedback vom Kunden bekommt, dass er eben auch seine Arbeitsprozesse optimiert damit, dann ist das immer eine schöne Bestätigung. Mein Start bei RM Data war eigentlich super organisiert. Schon vom Bewerbungsgespräch weg war die Kommunikation eigentlich sehr positiv. Und auch die ersten Wochen mit meinem Coach bzw. mit meinem Einschulungsplan haben super funktioniert. Und ich habe mich eigentlich sehr schnell bei der RM Data wohlgefühlt. Die RM Data bietet ein tolles Gesamtpaket aus einer fairen und leistungsorientierten Entlohnung und vielen weiteren Benefits. Wir suchen dich! RM Data ist bewusst, dass die Mitarbeiter die Basis des Erfolgs der gesamten Gruppe sind. Für den Vertrieb bei RM Data suchen wir eine offene, kommunikative Persönlichkeit, die gerne nachfragt und versteht und gemeinsam mit dem Kunden eine Lösung findet. Mitbringen solltest du eine abgeschlossene geodätische Ausbildung. Die Kenntnis der RM Data-Produkte ist kein absolutes Muss. Das bringe ich dir gerne selber bei. mit Sicherheit! Bis zum nächsten Mal!